Läufst du? Ja. Okay, pass auf Noah, du nimmst jetzt den Hasen, guckst ganz charmant in die Kamera und sagst deinen Text ab, okay? Und Action! Mach du das lieber echt. Ich hab einen neuen Vögel gemacht, der heißt keine Hasen. Und es lohnt sich anzugucken, wegen... Ach so, egal, jetzt einfach so, jetzt hör doch mal auf, die sollen doch mal einfach neugierig sein, man muss doch auch nicht immer gleich hier alles aufmalen. Einfach so, dann lohnt sich anzugucken, vertrauen Sie uns doch einfach mal. Wie wär das denn? Immer dieses in den Arsch gekriechen, wir machen das nicht mehr, komm, wir gehen.